moh leute leute herzlich willkommen zu einer neuen folge roblox bei nutruf hamburg 112 und 110 davon schon die ersten marken weg mit felix steig ein er raubt gleich was aus ich werde ihn noch nicht fesseln genau immer so immer so abwechselnd bin ich mal guck mal im chat ach so siehst du nicht leute weiß was deine geschrieben hat sex ne sex hat er geschrieben also das muss ich jeden fall das kater video schneiden was die pranks die zu weit ging auch hier wurde ausgeraubt du kannst nicht es wurde schon ausgeraubt ja also kann doch nicht fesseln da fahren wir zum bank bremsen drücken wir sind nicht im einsatz leute dafür lassen wir es auch alle durch hast du eine bombe das heißt du darfst eine neue kaufen bei gefängnis war das ich weiß ich weiß das ist schon automatisch der warte ich praktisch so hin ich war noch nicht was gleich bei mir schon einsteigen kauft den schnelle bomben ja heute zwei das ist immer gut ja wenn du noch einmal ausrauben willst da hat man zum glück das steigst jetzt mal 1 erst wenn du erst wenn du ja fertig bist dass wir gleich mit jüddings ausrauben können das andere laden ja warte wir fahren ohne dass sie wissen dass ich nicht im einsatz hatte solcher sparte bleibt hier aber drin ok wir gucken ob alles fertig ist bis gleich ich mache mich auch schnell weiter das ist ja noch hast der tresor ist zu du könntest daraus rauben soll ich nett zu dir kommen warte warte fahr erstmal weg dass wir nicht so aufmerksamkeit so aufmerksam sind der schafft das doch nicht mit meinen 180 ps okay jetzt reicht's ja da hat er angst vor die handschellen verfolgungsjagd warte und der dach nein der hat doch angst hier mich erst quälschen wollen und dann hat er angst auch schon weg weil wir meinen park wollen wir ein parkhaus fahren aber da kann man ja nichts aus ich brauche mehr geld du hast wie viel warte ich würde gleich super run runter machen also dass die schmalzspur wagen das schaffen dass wir zu bank können oder wird sie nicht zur bank ich wollte eigentlich noch mal hoch aber ich bin noch gewöhnt von alten park aus von uns dass man hochfahren muss ich muss auch benzin aus wo bist du kommst du hinterher ich passe auf die kommen die sind schon da hallo die kann ich nicht aufhalten oh pass auf deine kommt kommst du das haben's geschafft jaט haue 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 haowe haue 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 ha 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 äh hier drüben hier drüben stopp lsp die anhalten lsp die anhalten lsp die anhalten und ich mache gleich einen unfall hört man meine stimme euro blog was wirklich lsp die anhalten warte ne geht ne äh du weißt dass ich aufnehme man nicht warum hast du gleich mal aus der war ja nicht schneller bei dir da als nix dass er gescheitert hätte danke lecker ich hab durst lsp die lsp die was wo musst du gleich hin muss offline ja er steckt die ins glas nein mein papa aber wenn ich draußen bin bist du dann böse zu mir nö dann hilfst du mir noch mal ein lahn aus ja 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 Leute, wir brauchen nochmal Israel. Im Parkhause, ich komm, okay. Hey, let's pretty. zu a d a c a 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 A-T-A-C mann ne panne das auto schafft keinen berg hoch jemand hat mich gerannt mein nahrungsort ne panne ich bin gut an der andere Seite angekommen ja wenn man nicht ordentlich fährt ja ich bin gut an der andere Seite angekommen wieso hab kein auto mehr mein auto ist kaputt gegangen wenn du weißt wie ich das der hat mich zur polizeigefacher gebracht weil keine nur ADAC gibt ich glaube ich kündige meinen job und ich werde zur ADAC gehen also 13.000 habe ich jetzt so soll ich zur ADAC hingehen nee nur wenn ich ich arbeite als polizist und hat sich aufgebaut und mein auto ist kannst du mich erholen yeah dann krieg ich endlich wieder mehr Geld alle kannst du mehr Unfälle machen ja aber nicht mit Absicht ey doch na komm bitte ich brauche ich das Geld für meine für meine Familie ich würde meine Familie versorgen wenn du weißt was yay aber jetzt noch nicht ich bin noch nicht bei ADAC angekommen oh nein mein auto ist kaputt krass Susanne Papa noch soll die mal was haben ja Alter ich wurde geblitzt Susanne Papa noch lspd anhalten hinter ihnen ist lspd sag ja nicht du hast es mir grad geklappt dass lspd hinter ihnen ist halt da ist aber niemand nee ich hab gesagt lspd und da ist ja keiner ja ja ich bin bei lspd äh ich bin lspd ja ich bin bei ADAC kannst ruhig machen hier Unfälle richtig viel drück mal M und dann markiert doch die Tankstelle du weißt 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 hey das sollte nur ein Scherz sein Leute das Video ist schon 17 Minuten lang krass mach es lieber aus was mach es aus warum lange Videos guckt sich niemand an ja und ich habe auch bis eine Stunde gemacht und das hat schon 100 Aufrufe aber 100 Aufrufe sind 100 also nicht viel mach ruhig mehr und höll warte mal da ich komme jetzt warte mal da ok ich komme jetzt mal ich muss eh tanken oh ich habe einen Auftrag soll ich da hingehen oder erst tanken ja bevor man den Sprit absäuft absäuft ok ok tschüss kannst du denn damit gerne herfahren ne ich baue Unfälle auf ne ich baue Unfälle auf ah die hat sich schüttelt mich was nö Junge ja moin ich habe gerade einen Unfall gebaut mein Leben war mein Autos nicht mal mehr auf der Hälfte ich bin auf dem haja ach no nicht da bitte nicht da hä ich wurde vor ich wurde gescamt warum sie hat sich abgemeldet was bedeutet abmelden na das das Spiel verlassen hatte wahrscheinlich konntest du nicht mehr auf dein ADAC warten mein Autos bleibt völlig kaputt ich muss auch richtigen starken Unfall machen Junge der eine hat mich voll gerannt mein Auto ist kaputt und unser Aris zankt die müssen auch eine Meldung abschicken sonst denke ich hier ist keine Meldung Junge die Polizei hasst mich genau den nehme ich an warte dein Auto hm hm ah Autsch ist im Graben gefahren ok kein Problem aber wenn die Ampel da nehmen dann auch zu gehen hey ach du konntest doch noch fahren mach den jetzt richtig kaputt der Motor ist noch an du hast du hast Rettungsdienst gerannt ja wenn er nicht platz macht ja platz ey platz macht platz macht ein ein ja ich auch noch fragen ne danke gut ähm ja ähm nichts da man ey das kann doch nicht dein Ernst sein k k k k k k k man kann doch den Leicht heben los Gummia auto jungen wie lange soll ich noch kundig geben ähm ähm fahrzeug muss aussteigen oder ja geht auch so bleib aber draußen ich komm zur türe rein ich komm zur türe rein dann steck ich mal ein vermisst du dein auto schon ja ich will nicht dass es kaputt geht mein baby hat 4 Millionen Euro gekauft bist du trenne bei mir oder bei deinem auto bei dir auch wenn die feuer guckt okay ich dann oh also drehleiter wie lange ich nichts soll ich seite machen ja junge da kommt gleich 200 auf einmal ja ich wurde doch geblitzt junge oh naja was was machst du wie schön ich will leben ich will leben k k na was machst du ich will leben guckst du nicht zu ja weil dein auto gleich fertig ist beim schrottplatz angekommen ist wirst du dein auto vermissen damit total schaden ich habe einen satz hilf mir mal mit moment das ding ich muss los das kostet ihn was ja dein auto was zu sagen müssen ich bin wieder da wo ist der unfallort nicht dass du wieder 58 minuten hat jemand mit geschrieben meine freundin noch einer hat verlassen und jemand hat ein zielproblem das ist doch egal du bist aber kein mädel das bin ich mal nicht in einer stadt wo bist du ich weiß wie deine freundin heißt soll ich sagen nö jetzt noch nicht ich kann dich auch stumm ist mir auch egal dann sag mal ich bin bei adac wieder angekommen ich bin jetzt auch gleich bei adac ich möchte den job machen oh na toll dann haben wir drei netter verlass ich dann wieder ok dann mach ich einen job als busfahrer junge jetzt hat jemand noch ein problem jetzt kann doch vergessen jetzt war ich mich hin das war ich adhc ist auch schon da zu 2 adhc ist da junge ich bin schon wieder umsonst hier lang gefahren die polizei muss abgeschleppt werden was passiert herr officer was passiert was passiert da ist der officer sein auto muss abgeschleppt werden die polizei das sieht lustig aus ja da kann ich dahin direkt zu meinem notfall ort ich muss nur geradeaus fahren okay beim kreisverkehr ja da ja da wo du gerade warst da muss ich auch hin war da jemand gerade ja okay dann sag ich komme sag ich komme ja war da verlassen das warst du hast den abgeschickt warum steht da felix joker sind call check hier zu starten ja denkst du kannst mich verarschen ich weiß dass das was adhc kam wenn du dann noch und verbraucht da kenne ich aber da weiß ich nicht mehr weiter nein ich habe einen unfall gebaut und richtig dicken mein autos kaputt das ist gerade den tausenden stücke gefallen naja wachst du bei einer bushaltestelle? Nö ich war als busfahrer bitte jemand muss abgeschleppt werden habe ich gehört wo denn? ich komm mit dir ja wo denn? warte muss ich war da vorne machen Junge sind die alle püppisch sind die heute püppisch ich hab eine fremde auto abgeschleppt wo bist du beim adhc? ja da bin ich jetzt auch da komm ich jetzt auch wieder ein auto ein porsche muss abgeholt werden komm mal zu gas am road hang ne ich fahr jetzt grad ich muss zu adhc wieder zurück fahren wieso? ich brauch das geld für meine villa hä? man kann hier nicht mal sich ein haus kaufen doch ja wo geht das? ich hab extra mods dafür doch hm stimmt wirklich sag doch nur wo hast du dir an der folge gesagt mein kreuzement aber mach ich nicht hä man kann es sagen wenn man will ja aber ich mach es nicht Junge jemand darf abgeschleppt werden ja die hat sie nicht singen copyright ich weiß dass du nicht gut sehen kannst halt ein geiler porsche muss sich abschleppen wenn ihr noch mehr folgen davon sehen wollt leute über notruf hamburg dann lasst gerne einen super daumen nach unten und ein abo genau und ja und aktiviert die glocke hast du doch grad schon so ein zweites mal gesagt ah ne abonnieren hab ich gesagt ne die glocke man hat alles gehört wenn die mich verarschen willst du zum zweiten? ne danke ich bin geschwindig in verschwindigkeitsverstoß und Ampelsverstoß aber jetzt falsch genug und ich und ich befreite mich an soll ich meinen ADAC-Zopp kündigen? weißt du wieviel geld ich hab? 12.000 12.000 jo wieviel hab ich? oh noch ein ein polizeiwagen muss abgeschleppt werden weißt was abgeholt werden muss? was? ein polizeiwagen schlepp ich jetzt grundlos ab soll ich es mal machen? ja woher soll ich das denn wie wie steht mein Hintern? es darf nur 50 fahren in ner Ortschaft ne ich bin auf folgungssacheil ich bin auf folgungssacheil ja ich bin 34 ja haha ist das ihr auto ist das ihr auto ich bin der polizist da mich grad zur Seite gedrängt warte mir mir wurde gesagt dass ich abschlepp 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 komm dann ich arbeite weiter bei ADAL äh A ADAC was sagt das ich arbeite weiter weiter falls ich Probleme habe nicht schlapp aber das che ja okay sie können mitfahren sie können ja mitfahren sie können ja mitfahren Mit H. ich schleppe ein polizei wagen ab ich war grad da lang kranken war das für kranken ich habe ein polizei wagen ab für grundlos eine zweite folge meister ok